Hallo Leute, da sind wir auch schon wieder. Ja, in der letzten Folge bin ich ja hier einfach mal mitten im Dings stehen geblieben, aber ich wollte halt nicht die Folge so übel zu überziehen. Was ich jetzt auf jeden Fall machen werde, ist mir diesen netten Bienenstock hier aus der Wand holen und vielleicht mal ein paar Sachen einlagern, die ich gerade nicht brauche. Das Clip-Up brauche ich nicht. Die Mitz können erstmal weg. Hier sind ein paar, keine Ahnung, Netherbricks, Netherwarzen, Flamestrings. Ich muss mir echt mal angucken, was es da für nette kleine Rezepte dann gibt. Steine, Pilze, blablabla, Enderperlen, dann lassen wir das erstmal rüber. So, dann holen wir uns die hier mal aus der Wand. Das sind Embittered Bees, okay. Und ich höre schon wieder was, was mich angreifen will. Verdammt. Irgendwo ist doch hier eine Fledermaus unterwegs. Ja, ihr natürlich auch alle. Tja, ich hoffe ihr habt Spaß daran, was ihr so macht. So, die Heat Pickaxe. Wow! Äh, und vor allem, wo ist der jetzt hin verschwinden? Ach, ich krieg hier auch direkt so vor, war's okay? Okay. Ich höre vor allem überall Viecher. Ja, hier oben. Wenn ich hier runterjumpen, bin ich wieder erledigt. Bist du auch einfach auf mich? Oh, ja. Ja, ja, ja. Nacktron-Turm. So, weiter geht's. Ich muss ganz ehrlich sagen, mir macht ja Neter aber auch richtig Spaß gerade. So, und vor allem, wenn wir nachher so viel Neter Quarz haben, dass ich wahrscheinlich nie wieder hier hin muss. Ich muss das ganze Material nicht verarbeiten, das ist so gut. Wenn ich jetzt noch auseinander halten könnte, was hier was ist. Ich kenne zum Beispiel die Barren, die ich gerade eingesammelt habe. Keine Ahnung, was es ist. Shiny Ingots, ja. Toll, wofür? Mann, Mann, Mann. Oh, ne. Da brauchen wir die hier. Gut. Die hierfür auch. Ich muss dringend von Nether-Auth die Funktion ausschalten mit dem Pikmin. Bis jetzt überlebe ich es ja immer noch, aber ich sehe schon den Punkt, dass ich es nicht mehr überleben werde. Was bist du für ein Busch? Blyberry. Okay. Wow. Nicht in die Lava fahren. Ich weiß gar nicht, ob ich wirklich so viel Kohle brauche, wie ich hier die ganze Zeit habe. Wow. Du Dreckstvieh. Komm, schieße auf mich. Ich schieße ordentlich auf mich. Ja, aber es kann. Ein bisschen Tennis spielen. Ich passe hier nicht genug auf, glaube ich. Wenn mich jetzt von hinten irgendwas erwischt, dann fliege ich wahrscheinlich in die Lava. So. Okay. So viel kann ich treffen. Ja, und jetzt verschwindest du, oder was? Okay, egal. Ist ja wieder weit genug weg. So, das ganze Forstzeug werden wir auch auf jeden Fall brauchen. Ja, komm her. Ich schieße doch mal ordentlich auf mich. Ja, komm her. Ich schieße doch mal ordentlich auf mich. Finde ich super. Gleich seid da böse auf mich. Weil ich hier wieder euer Zeug abbauere. Möchte ich hier fast retten. Gold. Hallo Jungs. Da seid mir ein bisschen viele hier gerade. Um ehrlich zu sein. Und wenn ich jetzt hier was abbaue, dann seid ihr wieder ganz schnell ganz sauer. Sag ich doch. Noch mehr von euch irgendwo? Boah, die sind aber echt fies. Wenn ich mir angucke, was die mir abziehen, geht ja gar nicht. Aber nicht sterben wäre schon mal ganz günstig mit dem Material in der Tasche. Was war das gerade? Ach, das ist alles. Alu, du Hosen. Okay. Okay, sollte ich mir jetzt Gedanken um die Viecher machen, oder? Die hat Lightberries. Die haben hier gar nichts gepackt. Was seid ihr denn hier für blöde Dinger? Hm. Kein Plan. Ja, nicht duschen wieder. Ja, ja, ich weiß, dass du da bist. Ich hab's schon gecheckt. Diese Aggro-Tante, ey. Ja komm jetzt, schieß. Meine Güte. Ist ja gut. Jetzt sind wir weg. Das geht gar nicht. Ja komm. Ich weiß. Jetzt siehst du mich nicht mehr. So. Ich glaub so viel Kohle werde ich in meinem Leben nicht brauchen. Doch die Asche werde ich nicht brauchen. Oh. Okay. Schmeckt wie Kreide. Super. Ich sag, hier gibt's Sachen. Na, das ist echt merkwürdig. Darkwood. Kann man auch Planks draus machen. Was bringen mir Chalki Apples? Kann ich so nicht essen. Okay. Na gut. Werden wir auch noch rauskriegen. Alles was mit Natura zu tun hat, ist für mich absolutes Neuland. Da hab ich wirklich gar keine Ahnung von. So. Wuseln wir mal hier runter. Eigentlich gibt's ja nicht wirklich viel Interessantes. Doch, da drüben ist ein Haufen Erz. Das ist wichtig. Wow. Blöde Fledermaus. So. So. Jetzt können wir hier mal wieder ein bisschen was abbauen. Und wie man sieht, also die Pickaxe gehen richtig schnell kaputt. Aber dafür haben wir eben auch direktes Material und ich muss oben nicht nach Ewigkeiten irgendwelches Zeug verarbeiten. Weil ich sowieso keine Lust drauf habe. Beziehungsweise bis wieder ein Haufen Zeit im LP warst. Oh, nicht schon wieder dumm. Lass mich doch einfach mal... Au, 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 au. Au, 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 au. Okay, also freundlich bei der Neta ja noch nie, aber das ist jetzt echt viel. Au, 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 au. Feuer, 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 Feuer. Komm her. Ich brauche dringend einen Bogen, echt. Kein Witz. So. Komm her. Wo ist hier der Schleim, der irgendwo rumhüpft? Ich höre dich doch. Wo bist du? Ach, der ist jetzt zu... Warum werden wir eigentlich bei weitem nicht alle Sachen angezeigt? Das finde ich total gemein. Ach, da ist der Schleim. Hallo, Herr Schleim. Komm her. Ich brauche ein bisschen Magma-Cream. Und vor allem können wir dann vielleicht auch bald mal... Ja, ich glaube, ich werde, wenn ich aus dem Neta rauskomme, erstmal einen Minion-Stone bauen. So. Wie viele waren es jetzt? Ja, perfekt. Blaue Pilze. Meine Güte. Gold bauen wir rauf ohne Ende. So. Kohle. Erstmal uninteressant. Ich würde ja gerne Maneter-Diamanten sehen irgendwo. Das gebe ich dir ehrlich zu. Gelbe Pilze. Was bist du? Brennende Erde? Das ist die normale Erde. Die webeln wir noch auf? Ja. Gut, dass ich die Fire-Resistance-Rod habe. Kohle. Interessant, was ist das? Sieht nach Redstone aus. Nee. Das sind diese komischen Viecher. Aber was... Die droppen ja nicht mal was. Da könnte er mich gerne mal zu aufklemmen. Wer weiß, was das für einen Sinn macht. Bitte eine Erklärung. So. Wie weit bin ich jetzt eigentlich von meinem Portal weg? Erst 100 Meter. Das geht ja noch. Kann das mal... stairs? Wohohohohohohohoho. Nee, nee, nee. Furlern. Boah, hat die echt 50 Lebenspunkte? Das ist natürlich echt schon übel. So. Material. Eisen sieht gut aus, Zinn sieht gut aus, ich will noch ein bisschen Niederkohle, Lapis, Gold. Das ist doch schon echt nett. Ich werde auf jeden Fall nicht mehr draußen farmen gehen. Lohnt sich ja gar nicht. Nether or Hellfisch, erklär es mir. Bitte. Kohle? Was sind hier? Okay, aber den kann man auch nicht direkt schmelzen. Oh, den hätte ich gerne. Ob war er irgendwie unbeschadet? Nee. 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 Okay. Okay, ich könnte schwimmen. Aber will ich schwimmen? Nein. Verdammt. Ich habe sie vernichtet. Gut. Ich glaube, ich muss bald wieder an die Oberfläche zurück. Vor allem werde ich hier von der Seite schön ausgelacht. Nein, 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 nein! Was ist jetzt los? Okay, erstmal ruhig. Ruhig. Ich höre irgendwo noch so ein Vieh zwischen. Ich brauche Leben. Und ich höre immer noch so ein Vieh um. Hier ist auf jeden Fall noch eins drin. Okay, wir müssen irgendwie hoch. Schaufel. Habe ich gerade echt meine Rot-Fire-Resistance weggeschmissen? Ah. Richtig übler Fail. Egal, da kann man es noch genug von bauen. Wo bist du denn, du blödes Vieh? Wo quietschst du denn hier rum? Egal. So, was ist hier drin? Mit mehr Zinn? Oder ist es Silber? Ich weiß es nicht. Ich brauche alles. Obwohl so viel Niederkreuz werde ich euch eigentlich im Leben nicht verbrauchen. Ich höre dich. Also nur zur Erklärung. Das ist quasi Bone Meal in Stabform. Sehr interessant. Wenn man viel davon braucht, das ist eine echt nette Sache. Gold brauche ich auf jeden Fall noch. Aber... Ja doch, das könnte klappen. Wo? Vielleicht nicht unbedingt direkt. Boah. Feindlicher geht es ja hier gar nicht mehr. Gott. Was bist du hier? Blaues Holz. Ah, fast. Komm. Beweg dich doch mal nicht so viel. Egal. Ich brauche das hier ab. Ähm. Da hat es gerade ein Schweinchen gegrillt. Und ich habe schon wieder keinen Platz mehr. Und der hat mir meine Ingers hier gekillt. Ich glaube es ja nicht. Ich wollte wissen, was das ist. Au. Ich würde sagen, ähm. Wir werden uns mal auf den direkten Weg zum Portal machen. Ich werde nämlich auch gerade blazes irgendwie. Und das Klang ist gerade nach einem blaze. Wir kommen jetzt. Okay. Wie komme ich zum Portal? Über den Pinz. Wo? Nein, 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 nein. Nicht runterschmeißen. Hier ist noch Gold. Wow. Hier war noch Gold. Gut, du hast auch mal. Ich will jetzt einfach mal Richtung Heimat verschwinden. Und fürs nächste mal dann bitte nur mit Bogen. So seid ihr aggraupt? Nein. Einmal ab nach Hause. Hauptsache die pustet ja sicher noch unser Portal aus. Nee. Gut. Und es ist natürlich wie immer dunkel beim nach Hause kommen. Ist ja so klar. So. Irgendwelche Monster in meiner Gegend? Nein. Gut dann. Ab ins Bett. Gut. So. Einmal kurz gucken was wir alles so schönes gekriegt haben. Also das werden wir jetzt hier nederquarts ohne Ende brauchen. Nederbricks denke ich mal eher weniger. Darkwood werden wir noch nicht brauchen. Oh das war direkt Stahl. Wie cool ist das denn? Malderit. Malderit. Ich werde es danach sortieren. Kupfer. Bla. Okay. Das ist nicht für hier. Okay und den hier werde ich jetzt einfach hier entleeren. Wird hoch. Okay. Dann halt so. Vielleicht weil ich einfach nicht mehr genug Platz hier habe. Das kann natürlich so etwas sein. Wird Nuggets fallen hier auch rein? Okay. Okay. Shiny ingots. Sulpho kann hier auch mit dazu. Ich habe so viele nederquarts da. Oh Gott. Ich zeig euch gleich mal wofür es genutzt wird. Gut. Das können wir gleich noch abbauen. Das können wir gleich noch abbauen. Noch mehr nederquarts. Die Kiste hier. Unnamed. Nederwarzen. Lightberries. Und kein Platz mehr. Glaub ich jetzt hier den. Das ist die Unbreaking. Ich brauche die kleinen Dinge. Nein. Der hier. So und. Mann. Und. So. Da. Und die. Perfekt. Das ist jetzt auch alles direkt verarbeitet. Nein. Geh weg von meiner Kiste. Kohle. Stahl. Oh das mit dem Stahl ist echt gut. Kann man das für alle Sachen die aus Stahl sind benutzen? Also auch für die Steel Beule. Na komm. Lad. Die Stahl ist klar. Die Stahlsachen sind auch klar. Die Stahlsachen sind auch klar. Ja es sieht so aus als dass ich für die Raycraftsachen benutzen kann. Ja es ist die gleiche Wertigkeit wie Stahl. Ja perfekt. Das finde ich klasse. Was ist das goldene Schwert? Das goldene Schwert? Das habe ich von einem Pikmin gekriegt. Die laufen noch mit diesen Schwertern rum und manchmal lassen sie sie fallen. Ab und an. Eher selten. Also. Zumindest noch. So. Das hier alles raus. Kommt alles hier hin. So weit noch der Platz dafür da ist. Kommt mal hier raus. Stein. Soil. Stein. Wo kommst du noch rein. Okay. Hier haben wir jetzt gar keinen Platz mehr glaube ich. Also. Dringend. 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 Wollen wir irgendwas um mehr Platz zu haben. So. Jetzt erstmal hier gucken welche Pickaxe hier welche ist. Eine Grinding. Die ist so der Hammer. Okay. Hier kommen erstmal die Sachen rein die ich gerade aus der anderen Sache rausgenommen habe. Das Schwert kann hier auch mit dazu. Genauso wie die dazu kann. Ich habe keinen Platz mehr. Verdammt. Und ich habe hier noch alles voll. Nein. Ich brauche mehr Platz. Forst Scherz hat ich auch dran, ja. Die Goldnachels können meinetwegen auch erstmal hier rein. So. Okay. Also. Sinn. Wahrscheinlich ihn jetzt. Punkt Nummer 1. Ich will jetzt wissen, wofür ich Shiny Inges brauche. Man muss ja nicht ewig rumraten. Zum Glück gibt es ja in die Eye. Na komm. Okay. Energetics Fusion. Okay, das ist ja cool. Oder auch nicht. Ja, okay. Dadurch kann ich... Oh. Blatt. Interessant. Jetzt werden wir wohl mal die Schmelze nochmal angucken und dann will ich noch wissen, ob man vielleicht irgendwas aus dem Pulver machen kann. Kann man auch bestimmt mit irgendwas kombinieren. Na komm. Kann man nicht so ewig rum. Nein. 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 Gleiche, okay. Also. bringt das nix. Aber. Ich hab ja versprochen, wir basteln noch was. So haben wir 5 hier. 8 Stück brauchen wir nur. Und wir brauchen etwas Stein. Minimstack ist doch mein Also und wir brauchen ein Gold, 4 Eisen. ein Gold, vier Eisen, ein Stein. Das hier, oder? Ja. Carmite Reactor Jack. Ich habe keine Ahnung, wofür. Aber es funkelt die ganze Zeit und das fällt überhaupt nicht auf. Man kann gar nicht weggucken. Nö. Komm, sag mir, wofür ich es brauche. Ah, man kann es für gar nichts gebrauchen. Okay. Wofür kann man es herstellen? Ach, ist nichts. Cool. Ja, perfekt. So eine Sache mag ich. Okay, wir brauchen also vier Eisen, vier Steine, was wahrscheinlich genau wieder falsch ist. Oh, cool. Und ein Gold. Das war so klar. Wenn ich es falsch verbauen kann, dann baue ich es immer falsch. So. Und wir haben einen Minium Stone. Ist total cool. Kann ich es nur in Holz umwandeln? Hm. Müsste ich noch wissen, wie ich den Modus wechsel. Auf jeden Fall kann man damit halt Sachen direkt umwandeln. Hier halt zum Beispiel in Sandstein. Sand. Das geht, wird halt immer angezeigt. Hier kann man die Holzsorten wechseln. Aber man muss halt irgendwie den Modus ändern können. Egal. Und ist halt ein schönes Spielzeug. Das ist einfach nur ein Spielzeug zum Umwandeln von Sachen. Man kann damit aber auch noch andere Sachen machen. Man kann zum Beispiel, wenn man den jetzt benutzt, ich kann dir mal den Usage zeigen. Verschiedene Sachen direkt kochen zum Beispiel, ohne dass man an einen Herd muss. Dauert mal wieder einen kleinen Augenblick. Also ein bisschen Geduld. Hier ist übrigens auch dein Miniatur schwarzes Loch. Zum Beispiel, wenn man jetzt hier vier Cobblestone hat, kann man die halt in Flint umwandeln. Also man kann verschiedene Sachen in verschiedene umwandeln. Man kann halt Sticks wieder zurück in Holz verwandeln und so weiter. Also das ist schon so ein bisschen auf der Magieebene. Und Equivalent Exchange war für mich früher zum Beispiel auch immer voll das G-Tool. Aber ich fand es jetzt mal ganz interessant, das mitzunutzen. Man kann zum Beispiel aus Holz Obsidian machen, was ich total dämlich finde. Weil Holz, da brauche ich nicht nach unten. Und für Obsidian muss ich die ganze Zeit weg. Aber das wissen ja auch 90% meiner Zuschauer, dass ich diesen Mod eigentlich nicht mag. Weil ich da nicht so der Riesen-Fan von bin. Meintest du das hier mit dem Oblivion-Frame? Den hatte ich in der Kiste für die Frage. Irgendwo kam nämlich die Aussage von wegen, es wäre ein Nova-Frame in meiner Kiste. Das ist ein Oblivion-Frame. Und den zusammenzubauen, das ist auch annähernd unmöglich. Also dabei ich ganz froh, dass ich ihn gefunden habe. Der sorgt dafür, dass Bienen sofort sterben. Und wird zum Beispiel mit einem Drachenei, was es ja nur einmal gibt. Also außer man baute sich mit einem Tome of Archives zusammen. Was auch wieder, naja, wie gesagt, bla bla. Also nur für den Fall, dass hier jemand denkt, ich cheate. Nein, das habe ich gefunden. Und es ist auch in der Folge zu sehen, dass ich es gefunden habe. So. Okay, Stein hier rein. Das sieht ja wieder ein bisschen aufgeräumter aus. Jetzt machen wir die Kiste hier noch leer. Oh Gott. So, die Sachen können drin bleiben. Dann müssen wir das hier noch leer machen. Sehr schön. Ähm, Enderperle. Lederbarz müssen nach drüben. Genau, Rotten Flash. Minium Shards. Impfleder. Impffleisch. Das will ich jetzt auch nicht unbedingt essen. Uah. So. Sonst noch irgendwas von hier? Nein. Force Shard kommt hier noch mit rein. Wir haben noch ein Safari-Netz. Ach, jetzt kann ich das Safari-Netz direkt nutzen? Ne, dafür brauche ich einen Safari-Net-Launcher, oder? Ja. Also ich habe jetzt zwar haufenweise Safari-Netz, aber ich brauche erst einen Launcher, um es mir nutzen zu führen. Toll. Ihr weg, ihr weg. Hier habe ich keinen Platz für. Ich würde ja irgendwas umbauen, aber ich habe nirgendwo Platz. Ne, der Warzen passen hier noch mit rein. Okay, das heißt, äh, es ist offiziell der Punkt bekommen, wo ich eine neue Kiste brauche. Äh, Eisen. Ich brauche sowieso mehrere neue Kisten. Ich brauche sowieso mehrere neue Kisten. Aber erstmal schlafen. Okay, ein wenig Holz bitte. Ja, meinetwegen auch Rubberwood. Momentan brauche ich noch keinen Gummi. So. Check. Check. So. Sehr gut. Zwei neue Eisenkisten. Dann stellen wir eine noch hier neben und eine bräuchte ich drüben für's Bienenhaus. So. Und hier kommt jetzt generell alles Grünzeug rein. Und hier nur die Holzsachen. Blub. Blub. Holz. Ja, die Asche kann hier auch mit rein. Umsortieren macht immer so viel Spaß. Grünzeug. Grünzeug. Ja, Asche kann hier auch erstmal mit rein. So. Das. 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 Oh, Moment. Ich habe gerade irgendwas in hier Kakao. Risiko oder so. Lightberries. Die Oilberries können eigentlich auch alle rein. Meterwarzen. Die ganzen Büsche auch. Das wird bestimmt noch sehr witzig. So. Das ist noch Grünzeug. Das hier ist alles Grünzeug. Und ja, ich weiß, ich sollte irgendwann die Büsche mal aufstellen. Kommt noch. Keine Angst. Die Frage kam auch irgendwie vor kurzem mit einem Kommentar. Ich habe es gelesen und ich bin mir darüber im Klaren. So. Enchantment kommt hier rein. Eisen kommt neben den Villager bitte und nicht direkt drauf. So. Feuerzeug kann hier rein. Jetzt guck wieder nach oben. Minimstone kann hier. Und dann sieht es ja Tatsache immer wieder ein bisschen sortierter aus. Ich weiß gar nicht, warum ich eine Logic Matrix schon habe. Die war auch in irgendeiner Kiste drin. So. Okay. Dann wusel ich nur noch schnell zum Bienenhaus rüber. Und dann zeigt er mir das Portal eigentlich in der Oberwelt an. Das finde ich nicht gut. Es ist Tag. Du solltest brennen. Im Normalfall. Solltest du brennen. So. Wollen sie doch jetzt bestimmt auch hier im Wald irgendwelche, oder? Nein, bis jetzt sehe ich noch nichts. Ich weiß, was ich in der nächsten Folge machen muss. Ansonsten kriege ich Haue. Ich muss den Weg hier noch ausbauen. Sie hat mir wirklich Prügel angedroht. Ja, das ist kein Witz. Gar nicht wahr. Doch, total. Psst. So. Okay. Dann hacken wir die Kiste mal hier ab. Au. Verdammt. Man, man, man. Zum Glück kann man an einer Vergiftung nicht sterben. Das bleibt immer bei einem halben Herzen stehen. So. Eisenkiste hin. Ja, ja, ich weiß. Ich bin immer noch verkebt. Eisenkiste hin. Egal uninteressant. Eine Reihe davon. Eine Reihe davon. Was ist das hier? Silky? Wo habe ich eigentlich so wenig Silky Com? Ne, das sind doch eigentlich alles Silkys. Boah, die Dripping und die Silky Coms kann man fast gar nicht auseinander halten. Zumindest. Weil man so eine tolle Rot-Grün-Schwäche hat wie ich. Siehst du den Unterschied? Das eine ist grün und das andere ist gelb. Ja, aber das sehe ich fast gar nicht. Das sehe ich echt ohne Mist fast gar nicht. So, okay. Silky kommt hier unten hin. Ich bin da sehr starker Unterschiede. Ja, für dich. Für mich aber nicht. So, okay. Aber jetzt haben wir erstmal wieder genug Platz. Auf jeden Fall. Um weniger Probleme zu bekommen. Gut. Boah, die Blätter hier draußen sind ja mutiert ohne Ende. Ich glaube, das ist optimal für den Start der nächsten Folge. Also, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Dann müssen wir unser Material verarbeiten. Und vorher gucken wir uns noch die Blätter an, was es so schöne Sachen jetzt gibt. Keine Angst, die Bäume werde ich nicht züchten. Noch nicht. Da kommen wir denen etwas später zu. Also, bis dann. Ciao!